Wir sind im Kohlelager vom Macmilliam anwesend. Das ist gut, hier oben ist eine Kiste. Lass mich bewegen. Boah, was war das gerade wieder? Ich habe ja gar nichts, ich muss ja irgendwas haben. Hier ist auch ein Generator. Ok. Ok. ja das war so knapp ich dachte gerade eigentlich das wäre noch weiß aber es ist verdächtig ruhig siehst du draußen irgendwas für ein schwein oder so nee ich habe erst mal ein totem kaputt gemacht ich muss das hier gleich mal intern leiser stellen ich höre alles so laut so dass durch ja das ist verdächtig wieder legt einer fallen entweder ich hätte in einem werkzeugkopf mitbringen ich bin daneben ich bin ich gewesen neben dir gucken wir gleichzeitig ja ja was ich über mich am beschweren weiß ich bin noch nicht mal da ist wieder typisch das sind die näher ist die können das noch nicht so gut meint es noch in ausbildung also schatz dieses große haus da in der mitte oder wie auch immer da haben wir den generator zwischendrin gemacht ja ich habe meinen auch fertig sagt bitte es ist ein bett nutzlos hier useless noch habe ich keinen ausschlag gehabt ich bin direkt neben dem ausgang der ist hier hinten in der ecke ach so dich sehe ich da hinten ja ich suche den klammer der steht weder afk steht da neben dem ausgang also neben meinem stand er nicht st von uns ausgelaufen ich glaube es war war ich habe so viel die siebel aus dahinten den kinder schon nämlich nicht als der schweiz also ich habe es um Ich mach mal einen Toten, also ich hab schon einen zweiten Toten vielleicht. Ich wollte gerade sagen, ich hör was, da ist das dieses Knarren hier. Am Ausgang steht er auch nicht, am zweiten Ausgang. Das kann ja nun gar nicht sein, wenn er so blitzig ist. Scheiße. Scheiße, ist er? Ach, Schatz, bist du das? Ja, ja, wo? Warte nicht, ich bin hier jetzt zu so einem Generator geh ich hier gerade. Bist du da dran? Ja. Nein. Ist auch schon offen. Oh, ist ein Geist. Ja, das ist doch Geist. Es ist das Geist, ja genau. Das Geist. Man hat gewartet, bis wir fertig haben, dass er uns neue sind. Dann bin ich jetzt der Erste. Also die Hälfte ist das Ding hier. Ja, der ist auch voll. Ist offen. Nicht offen, ja. Was macht der rein raus? Irgendwo bimbels. Ist bimbels andauernd. Äh ja, hinten rechts hab ich was gesehen. Richtung Ausgang glaub ich war das. Okay, er hatte nicht mal neue. Hey, das war sein Plan. Ihr seid schon draußen. Wir wollen ja deranken so. Aber das macht ja keinen Sinn. Geht mir ja rein und lief man dann derank. Ich bin draußen jetzt. Ich auch. Was wird das für ne Runde, ey? Ja, das kapier ich jetzt irgendwie auch nicht so ganz. Wie hieß der Killer? 16.500 hab ich aber immer noch bekommen. Nizi 31. Ich hab nur 10... Ich hab nur 9.000... Ne, 12.000. Sorry for AFK. Ach, der hat bestimmt nen Anruf gehabt. Oh Gott. Okay. Ich hab nen Clip verloren. Ne, lol. Verhalten aber den ist ja noch scheiße. Wo hat der denn jetzt noch Punkte her bekommen? Der hat auch 1.900. Ja, wahrscheinlich, weil er gebimmelt hat. Hast du die Points für uns? Das war die Mikrowelle. Die hat gebimmelt, die Mikrowelle. Die Points für uns. Das ist für uns vor allen Dingen. Der war ja unsichtbar. Jaja, aber das gebimmelt meine ich. Dabei war es die Mikrowelle. Aber ein Deutscher! Ey! Wir sind in Springwood. In der Bad-Ham-Vorschule. Diesmal hab ich nicht Batman gesagt. Und wir sind alle zusammen, oder was? Oder sind wir jetzt hier... Also normal dürfte ich nur zu... Ich will auch, ich will auch! Ich will nicht, ich will hier weg. Geh weg! Sag uns, wer es ist! Ah, danke! Sie sagten, dass ich ihn sehe! Es ist kein Ruin drin! Das ist sehr gut! Ah, das ist die Krankenschwester! Ich höre es! Das heißt, sie könnte gleich bei euch sein! Sie peitscht auf jeden Fall hier durch! Oh, fuck! Hat die mich jetzt gesehen? Boah! Die ist mir so dermaßen... Die kommt zu euch! Die ist mir grad so dermaßen entgegen gekommen! Hab ich mich erschreckt! Nee! Wie kam die denn da rein? Die teleportiert! Ey, das ist total ass! Nein! Aber das... Nee! Das war... Die kam von einer ganz anderen Richtung! Ja, die kann ja... Ich komme... Ich komme in den Keller, ey! Oh, nee, ey! Wieder keine Punkte, ey! Ah, leck mich am Arsch, ey! Oh, äh... Miss Wiggle ist bei dir! Die Frage ist, ist sie auch noch da? Nee, sie ist wieder weggegangen! Sie ist wieder weggegangen! Sie ist wieder hochgegangen! Warum ist sie wieder hochgegangen? Ja, die wird gerade verfolgt! Die kommt nämlich auf mich direkt zu! Ach so, ja, dann... Ah, Mac ist unter... Nee, das ist die Mac, die unterwegs ist grad zu dir! Jetzt sind sie zu zweit hier oben am rumlaufen! Ich trau mich gar nicht rein! Ich guck mal, ich guck mal, dass ich hier irgendwie zum Generator komme! Die ist wieder hier unten! Die ist wieder hier unten! Hä, jetzt ist sie wieder hier hochgelaufen! Also, was soll denn das? Oh, scheiße! Ja, es ist... wird verfolgt! Die Blonde! Lass mich hier hängen! Komm! Ich muss eh schon kämpfen! Das ist das für den Arsch! Also, dann werde ich noch einmal links und dann bin ich ja eh platt! Also... Ja, eine wird verfolgt, aber die andere, die ist bei dir aber... Ja, wir beide! Hier! Aber ich f... Ja, jetzt hängt die eine im Keller, ne? Ja, toll! Ja! Ja, die liegt auch! Die eine liegt! Scheiße! Ich hab den Generator nur halb fertig! Denn ich wüsste, wo der Keller ist! Fuck you! Ich bleib hier weiter im Generator, dann kommt die bestimmt noch hier! Wenn der durch ist, geh ich hin! Nee, ich geh schon hin! Mach du! Ja, aber du bist... ich bin ja noch nicht getroffen worden bisher! Nein, du machst doch! Nein, nimm dich nicht! Ach, ist doch so ein Scheiß-Spiel langsam! Ja, das kotzt mich an! Er hat sie nicht angenommen, diesen Dings! Das hab ich doch heute schon ein paar Mal gehabt! Ich glaub langsam, das liegt an der Verbindung vom Killer irgendwie! Ihr seid drin! Aber nicht, äh... Werdet noch gejagt, oder? Ja, aber ich hab's beide geholt! Oh, da kommt mal einer entgegen! Also, der Generator ist fertig, der eine hinten! Ach, du bist das, okay! Oh, wo ist sie? Ach, da hinten, ich seh's! Ich seh's! Hä, hier ist doch ein Generator! Ich glaub, der jagt die immer noch da durch, oder so! Fuck, ich kann hier überlegen, wo nicht... Ich mach mal einen Generator! Ich mach mal einen Generator! Ich hab' mich auch verarscht im Keller! Ja, der ist die ganze Zeit bei mir! Der läuft hier die ganze Zeit um mich rum! Ah, scheiße, die kommt zu mir! Ich bin in der Garage! Ach, hier ist der Killer-Killer, sehe ich gerade! Nee, das ist nicht der Killer-Killer! Warte mal, der eine Generator ist hier vorne, aber hier hinten ist noch einer! Nee, das ist die andere Map, fuck! Ich bin im Nicht-Killer-Killer im Keller, im Generator! Ja, ich bin in dem einen Haus oben in der Ecke, ganz beschissen eigentlich! Ah, er kommt ja zu mir! Sie peitscht ja irgendwo in mir, glaub ich! Nein, hier kommt einer rum! Oh, ich hoffe, die geht jetzt nicht mit dem Killer hier durch! Ich bin zur Hälfte! Ich hab' wie gesagt meinen fertig, ich hol' jetzt einen neuen! Zwei an der Straße sind noch da! Oh, hat die mich jetzt erschreckt! Miss Wiggle ist gerade runtergekommen! Komm schon! Noch ein bisschen! Wir haben ihn! Scheiße! Zu dem wollte ich gerade! Zu dem wollte ich gerade! Oh, oh, oh! Wie läuft's zu den beiden? Ja, wie gesagt, an der Straße sind noch zwei! Die sind zwar scheiße einsehbar, aber die sind noch nicht gemacht! Und hier vorne, der ist, glaub ich, auch noch nicht gemacht! Hier in der Hütte! Ah, ne, den hatte ich vorhin gemacht! Ne, ne, vergiss das! Hier ist auf jeden Fall der Ausgang! Da, wo das rote Auto ist auf der Seite, das ist der Ausgang! Der eine! Und der andere Ausgang ist geradewegs durch! Oder? Oder? Oder was auf der anderen Seite? Weiß ich jetzt gut gar nicht! Ah, da ist noch ein Generator! Am Ende! Am Ende! Genau, das ist das, wo wir gestartet sind! Also in der Nähe, da, wo ich hingelaufen bin! Von da, wo wir gestartet sind! Der ist noch nicht gemacht! Das ist direkt der Ausgang hier nebenan! Ich mach gerade den Generator weiter! Ich auch! In der Tür! Wo ist denn der Ausgang? Ich hab ihn nicht gesehen! Halb offen! Da, wo wir gestartet sind! Wo ich entlang gelaufen bin! Ähm! Fuck! Der hat den einen! Der Ausgang hier ist offen! Wir gehen hin, zu zweit! Die Frage ist, kann der nochmal hängen? Nee, ist weg! Geht zum Ausgang! Da ist so ein Lagerfeuer! Also da, wo wir gestalten, nicht auf der Seite, wo das rote Auto ist, sondern genau auf der anderen! Scheiße! Oh! Nee! Ach, ihr seid auf der anderen Seite! Okay, dann geh ich auch aus! Geh raus! Das ist jetzt schade um den einen! Der hing schon zweimal, glaube ich, ne? Ja! Scheiße! Trotzdem natürlich GG! Tut mir aber immer leid, wenn dann einer zu oft gehangen hat! Gott weiß! Ich hab jetzt noch gar nicht gehangen! Tobi, das geht besser! Nee, ich hab so... Ich hab durch diese zwei Rettungen oder sowas, hab ich das viele... Hacke! Wer ist denn Tobi? Tschüss! Ich bin noch nicht genau! Ich bin noch nicht mein Schmerzen! Ich bin noch nie auf der anderen Seite.